Moin moin, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und zwar greifen wir jetzt direkt einmal weiter an. Ja, genau. Wir greifen jetzt einfach weiter an. So. Boah. Ja, ich weiß. Ich möchte aber auch story-technisch ein klein wenig weiterkommen, deswegen sorry. Aber was sein muss, muss sein. Zack. 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 Dauert nicht lang. Dauert alles absolut überhaupt nicht lange. Konstruktion abgeschlossen. So. Ähm. Gut. Äh. Konstruktion abgeschlossen. Ja, ist gut. Dann das. Noch Raumstation Stufe 4. Äh. Konstruktion abgeschlossen. So. Und AT-ATs. Dann einmal hier. Sorry, ich mach jetzt mal wieder einmal alles auf Schnelldurchlauf. Sorry, ne? Automatisch. Wow. Das tut echt weh. Aber wir haben noch mehr als genug. Komm. Wir machen weiter wie bisher. Kein Grund, irgendetwas zu ändern. Dann. Das freut mich. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. So. Okay. Dann. Bitte. Ich wünsche mir ein paar AT-ATs. Einheit wird hergestellt. Einheit wird hergestellt. Sehr schön. Überall AT-ATs bauen. Wo wir AT-ATs bauen können. Äh. Gut. Das war's doch schon. Gut. Äh. Du kommst dorthin. Äh. Wir machen... Ach ne. Okay. Na los. Das dauert nicht lange. Und dann werden wir gleich... Ach hier. Hier muss ich noch angreifen. Äh. Bauen. So. Ähm. Ja. Gut. Viel zu leicht. Das finde ich auch. Äh. Ja. So. Ich wünsche mir... Jetzt hier eine wundervolle Streitmacht. So. Bitte. Alles dorthin. Und jetzt einmal... So. Sehr schön. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ja. Das möchte ich doch aber auch. AT-AT bereit. Invasion beginnt. Einheit zerstört. Alles klar. Äh. Gut. Das war jetzt... Oh. Ich muss die Raumstation natürlich weiter aufrüsten. AT-AT bereit. Zack. Dauert nicht lange. Sag ich jetzt schon zum zehntausendsten Mal. Aue Mann. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ich muss jetzt noch... Ich möchte einfach alles ausbauen. Das hat jetzt nichts mit müssen zu tun oder so. Ähm. Zack. Aufbau läuft. Aufbau läuft. Konstruktion abgeschlossen. Aufbau. Aufbau. Aufbau beginnt. Aufbau beginnt. Aufbau beginnt. Äh. Ja. Hier muss auch noch was aufgerüstet werden. Aufbau bereit. Und wir haben bald eine Million Credits. Das ist ja... Wucher. Der reinste Wucher. Äh. Ja. Sehr schön. Konstruktion abgeschlossen. Dann... So. Dann haben wir das auch erledigt. Konstruktion abgeschlossen. Oh. Ne. So. Konstruktion abgeschlossen. Äh. Puh. Konstruktion abgeschlossen. So. Dann lass uns mal die Flotte etwas größer werden. So. Arti, Arti, bereit. Arti, Arti, bereit. Sehr schön. Arti, Arti, bereit. Arti, Arti, bereit. Sehr schön. Läuft doch wie am Schnürchen. Äh. So. Ausbau hat begonnen. Einheit wird produziert. Dann einmal hier noch. Und dann, wenn das hier fertig ist, dann dann auch nochmal 5 Arti, Artis. Ja, sorry. Ich weiß, ich brauch das jetzt eigentlich nicht, aber was soll's. Arti, Arti, bereit. Arti, Arti, bereit. Arti, Arti, bereit. Jawohl. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, rücken wir mal dorthin vor. Arti, Arti, bereit. So. Arti, Arti, bereit. Arti, Arti, bereit. Und werden jetzt mal schauen, was wir da jetzt noch so haben einmal. Okay. Arti, Arti, bereit. Gut. Gut. Arti, Arti, bereit. Gut. Ja, gut. Alles klar. Und wegbomben. Bäm. Alles klar. Ja. Ähm. Ja. Gut. So. 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 Ähm. Ja. Sehr schön. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Schwupp, schwupp, schwupp. Aufbau hat begonnen. Sehr schön. Dann hätten wir das schon mal komplett geregelt. Aufbau abgebrochen. Äh. Zack. Ja. Einen Augenblick brauchen wir noch. Dauert nicht mehr lange. Das sag ich jetzt aber... Das hab ich jetzt schon so oft gesagt. Ja. Sorry. Nein. Ich möchte halt überall schön alles ausbauen. Wobei, mittlerweile brauche ich das echt nicht mehr. Ach komm. Scheiß drauf. Äh. Äh. Na los. Jetzt mach doch nochmal ein bisschen hinne hier. So. Diese 10%. Komm schon. Zack. Und... Konstruktion abgeschlossen. Genau. Danke. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Boah. Aha. Äh. Äh. Warte. Wie viele... Okay. Wenn ich schaffe, die beiden Marauderkreuzer und die ganzen Bomber auszuschalten, haben wir eine Chance. Na gut. Gut. Schauen wir mal. Ich werde mein Bestes versuchen. So. Na. Wir haben doch sowieso genug Geld. in den Umständen gefährdet. So. Sucht und vernichtet jeden Einbringling in unserem System. Orbitalkommando verfügt... Ähm. Ja gut. Äh. So. So. Bitte Angriff auf die Bomber. Mach hin. So. Bitte. Darauf. So. Ähm. Hierauf bitte. Auf die ganzen Bomber bitte. Los. Los. Feier frei. So. Hier. So. Scheiße. Alles klar. Äh. Na, das dürfte schwierig werden. Na los, kommt mal wieder ein bisschen Verstärkung ran. Äh. So, alles klar. Okay. Äh. So. Und so. Bitte. Na. Aufrüstung abgestoßen. Empfange Nachricht. Die Laser sind unser Ziel. Ah. Hey. Auf. Auf den da. Komm link, aktiv. Ja, ich habe einen. Beginne mit dem Anschluss, Sir. Okay. Äh, ja. Ich kriege keine... Warum kriege ich keine Verstärkung? Okay, komm schon. Die beiden Morauderkreuzer will ich haben. Aufrüstung abgeschlossen. Einsatz bereit. Scheiße. Alles klar. Automatisch. Ja. Ich konnte nichts mehr machen. Schade. Äh. Und sofort dorthin. Wie so leicht. Na los. Bitte. Ja. Taktisches Gefeind. Wir haben es noch geschafft. Jawohl. Ha. Das war stark. Aber sie haben immer noch 26 Bomber. Gut. Äh. Wir lassen sie einfach auf uns zukommen. Starten. Und dann in der nächsten Folge werden wir dann den Angriff auf Yabim wagen. Lient gern. Alles klar. Äh. Feuer frei. Widerstand ist zwecklos. So. Alles klar. Diesmal werdet ihr nicht entkommen. So. Mal ein bisschen Attacke hier. So. Schädel ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Na los. Ja. Okay. Die Morauderkreuzer lassen auf sich warten. So. Bitte. Steuerung A. Alles auf den da. Na los. Attacke. So. Super. Es gibt kein Entkommen. Raketenwerfer. Sehr schön. Was? Wieso ist da Raketenwerfer zerstört? Egal. Ah. Da. Bitte. Attacke. So. Das ist wichtig. Los. Zerstören. 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 Erwarte ihre Anweisungen. Geschwisterfeuer bereit. Wolter hier. Weit in Reichweite. Was nur? Kommt mit mir in die Feuerkraft. So. Bitte. Zerstören. Zerstören. Alle Wirewings zerstören. 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 Widerstand ist zwecklos. Feuerkraft. Ich bin bereit. Alles klar. Das sieht doch gut aus. Und wir haben auch noch nicht so viel verloren. Ein. So. So. Okay. Bitte. So. Okay. Einmal so. Einmal so. Und ich habe noch einen Tatan verloren. Egal. Das ist alles halb so wild. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Oh. Ja gut. Das hätte ich easy verteidigt. Ganz ehrlich. Ich habe ja. Ja. Artillerie habe ich ja auch. Also. Ganz ehrlich. Aber. Boah. Ich möchte die ganzen Bodentropen zerstört haben. Komm. Das mache ich mal eben nochmal schnell. Lasst mich nicht im Stich. So. Unsere Sensoren melden eine Flotte im Anflug. Zeigt ihnen, wie wir mit Verrätern umgehen. Einheiten gesichtet. Mit Vergnügen. Das machen wir mit Verrätern umgehen. Das machen wir mit Verrätern umgehen. Attacke. Ja. Sie werden dauerhaften Schaden nehmen. So. Alles klar. Äh. Bitte. Beschleunigt. So. Und ich sage dann schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut noch bei meinen anderen Projekten vorbei. Der Kampf hier ist gleich gewonnen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Bitte. So. Das machen wir noch. Äh. Ja. Ja. Richtig. So. Ja. Auf Wiedersehen.